Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich spreche heute hier als Vertreterin der Berufsgruppe der Sozialpädagoginnen und Pädagogen und der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Wir haben genauso wie die Kindheitspädagoginnen ein Hochschulstudium absolviert mit dem Abschlussdiplom, Bachelor oder Master und viele von uns haben Zusatzausbildungen. Aber wir gehören immer noch zu den am schlechtesten bezahlten Hochschulabsolventen in dieser Republik. Und das, obwohl wir in vielfältigen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens die Rechte und den Schutz von Menschen, von Kindern, Familien, Jugendlichen und Erwachsenen sicherstellen. Wer hilft Kindern, die in Not geraten, weil ihre Eltern überfordert sind? Es sind die Sozialpädagoginnen in den Sozialbürgerhäusern, in den Jugendämtern, in den Erziehungsberatungsstellen, in den Jugendhilfeeinrichtungen und in den Pflegefamilien, die von uns betreut werden. Wer berät und unterstützt alte Menschen, wenn sie krank sind, dement und hilflos werden und die existenzielle Versorgung nicht mehr gesichert ist? Die Sozialpädagogen und Pädagoginnen in der Bezirkssozialarbeit, in den Betreuungsstellen, in den Alten- und Servicezentren und so weiter. Wer arbeitet mit Straffälligen, mit Suchtkranken und mit Rehabilitanten? Es sind die Sozialpädagoginnen in den Justizvollzugsanstalten, in der Bewährungshilfe und in den Kliniken. Wer arbeitet in den sozialen Brennpunkten? Wer vermittelt in Konflikten und in Krisensituationen? Es sind die Sozialpädagoginnen und Pädagogen in der Schulsozialarbeit, im Streetwork, in den Jugendzentren. Ich könnte diese Aufzählung jetzt noch lange so weiterführen, denn es gibt uns vielfältig und zahlreich. Aber die Arbeit von Sozialpädagogen wird nicht immer nach außen sichtbar, außer man braucht sie selbst und man wird es merken, wenn es uns mal nicht mehr gibt. Diese gesellschaftlich wertvolle Arbeit braucht weiterhin qualifizierte, engagierte und motivierte Fachkräfte. Deshalb brauchen wir eine Aufwertung und zwar jetzt. Die Arbeitgeber verweigern uns nach drei Wochen Streik immer noch die Anerkennung unseres Wertes und der Qualität der sozialen und erzieherischen Berufe, die wir für die Gesellschaft haben. Und sie verweigern uns die angemessene Honorierung dafür. Damit sind wir nicht einverstanden und deswegen werden wir gemeinsam mit den Erzieherinnen und allen anderen Berufsgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst weiterhin streiken und gemeinsam kämpfen und nicht aufhören, bis wir eine Aufwertung erreicht haben. Wir alle im Sozial- und Erziehungsdienst, wir werden zusammenhalten, bis wir eine Aufwertung aller Berufsgruppen erreicht haben. Der Kinderpfleger, der Heilerziehungspfleger, nicht zu vergessen, der Sozialpädagogen im Erziehungsdienst und der Sozialpädagogen der sozialen Arbeit. Wenn ein Angebot vorliegt, das zur Abstimmung freigegeben wird, dann lasst uns gemeinschaftlich zusammenhalten, dass eine Aufwertung aller Berufsgruppen stattfindet. Wir alle setzen uns für die Belange der Gesellschaft ein. Wir kämpfen gemeinsam für alle Menschen, jeglichen Allsatz. Wir sorgen für den sozialen Zusammenhalt. Wir arbeiten Hand in Hand. Bitte unterstützen alle Berufsgruppen bei der Auswertung. Alles März, wir gemeinsam sind gestärkt und wir werden das schaffen. Danke.